und leute ich mache noch ein paar weiter geht's bei medroid prime wir müssen jetzt wieder mal gewissermaßen zurück nach unten wer ist nämlich wir fangen die schon wieder alle an jetzt nehmen wir jetzt einfach ganz normal wieder zurück so thermals müssen wir anmachen hier sieht hier stark dunkel so jetzt Sie kommen wieder heron. So! Oh! Oh! Noch einer! Nö! Na gut! Welfi wieder! Na? Ha! Jetzt! Wieder eine Kamera! Na gut! Jetzt machen wir eine bisschen schneller! Zack! Nein! Wir haben noch alles! Ach! Azt! Jetzt ist aber mal langsam gut! Ja! So! Zack! 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 zack ah jetzt bin ich hier was hast du noch besser oh man alter ey ich sag mal die seite ja wohl nicht ganz richtig im Kopf wieso anzugreifen jetzt aber und zack so oh schau wie denn eine Kamera ey was machst du da Samuels so ja wir wissen da da müssen wir hin so so wieder ganz normal nicht aber jetzt ist es wieder ganz normal hell wow geschaut wir speichern aber erstmal noch einmal ganz kurz ach jawoll ging ja ruckzuck dass wir da alles geholt haben was wir brauchen ne gibt es da eigentlich da auch erstmal nicht mehr ja da gibt es noch ein Antifaktor da können wir auch erst noch später hin so zack einmal eben speichern und dann geht es weiter jetzt gehen wir zum nächsten Bossgegner und holen noch ein upgrade zack und zack so zack und zack so aktiviert so rollig jetzt aber zack so zack so und zack zack so so Aber es ist auch wieder einfach so, was ich bekam. Jaaaah! 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 Oh, Miss! Oh, Miss! Waaaah! Ah! Oh, Mann! Wo ist denn jetzt? Achter! Oh, Mann, der geht's! Oh, Schmierer! Ich bin ja, ich bin ja zu dir. Oh, komm! Wie wir denn die Thermal-Visoren machen, ne? Damit wir halt wieder... Ich warste hier, das leuchtet! Oh, Mann! Oh, Mann, ey! Das ist nicht zu fassen! Oh, Mann, ey! Das ist nicht zu fassen! Verrierender war Mensch! Oh! Feuer! Und... Sack, komm! Und... Jawoll! So, geht das runter! Ich glaube, jetzt wird er aber richtig sauer, kann das sein? Oder noch nicht? Warte mal! Doch, jetzt wird er richtig sauer! Und... Was passiert, wenn ich mit dem Supermüssel da hinschieße? Boah! Oh, hoah! Boah, hier ist so oben! Hier ist hier! Ah, jajaj! Boah! Vielleicht bekommen wir ein tolles Upgrade, Leute! Na! Boah! Oh, wer da war, Mensch! Ah, Mann, ey, da ist doch nicht dein Ernstensammus! So, jetzt wieder Thermalwesor! Jawohl! Na, da ist er schon! Da, da geht's! Zuck, 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 zuck. Wow 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 Wo ist das? Wow Wow Schon wieder ich Wie macht er mich einer hier? Ja was jetzt? Wie jetzt? Oh er wird aber wieder sauer ne? Eieieiei er wird wieder mächtig sauer Er wird wieder mächtig sauer So er wird wieder mächtig sauer Oh ja, aber ich weiß nicht, wenn du nebel wegkommst Ach guck eine Art Ja 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 Oh, ah, das ist ja. Und da ist es schon, der Magnetball, BAM! Irgendwas, also irgendwas mit Magnet heiße Ball. Spiderball, genau so war, also nicht Magnet, ha, mein Fehler, Spiderball. Und jetzt zeig ich euch, was wieder gut ist. Jetzt kommen wir mit dieser Wende hoch. So, und jetzt könnt ihr euch natürlich denken, was das eigentlich bedeutet, wo wir jetzt hinmüssen. Und das ist nämlich auch tatsächlich Tatsache, wo wir jetzt hinmüssen. So, aktivieren, zack, und da oben können wir noch nicht hin, da kommen wir später hin. Und dazu brauche ich die Eishörer nie. Genau, da geht es nämlich auch jetzt quasi langsam hin. Aber erstmal speichern wir jetzt, und dann ist es auch erstmal vorbei mit dem Part. Und wir führen diesen Part auch erstmal durch. Aber wie immer, die Pentaner Eiswiese ist erst einmal vorläufig erledigt. Jetzt geht es nämlich in einen weiteren, anderen, neuen Bereich. So, wir drehen uns einmal um, denn hier ist ein Speicher. Und da speichern wir jetzt, und dann geht es in den nächsten Part. Da, weiter. So, zack. Jupp. Und Leute, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal. Hinterlasst mir was in den Kommentaren. Und bis zum nächsten Mal bei Magic Prime. Bye. Bye.